Guten Morgen, Imke. Jetzt bin ich gerade irgendwie ein bisschen spät dran. Jetzt habe ich fast schon ein bisschen Stress heute Morgen. Eieiei, liebe Steffi, das höre ich ja gar nicht gerne, weil dann ja deine Stressachse unter Umständen gerade aktiv ist. Was ist eine Stressachse? Das habe ich noch nie gehört. Die Stressachse ist, tatsächlich sind es drei Organe, die wir haben. Es sind zwei im Gehirn, Hypophyse, Hypothalamus. Und das müsst ihr euch, musst du die auch nicht merken, Steffi, die Nebennierenrinde. Und es wird dann Cortisol ausgeschüttet. Und das Fatale dieser Stressachse ist, dass wenn Cortisol unten ausgeschüttet wird und dann oben im Gehirn gemeldet wird, es ist Cortisol da, dann wird mehr Cortisol ausgeschüttet und die Stressachse. Das heißt, diese Bereitschaft im Körper, fight, flight, freeze, ist dann aktiv. Genau. Und für alle, die kein Englisch sprechen, der Kampf- und Fluchtmodus ist dann super aktiv. Und Stress ist früher oder später, kann es wirklich tödlich sein, wenn ihr da nicht auf eine natürliche Balance achtet. Und Stress ist mehr als das, was Steffi jetzt gerade auch gesagt hat, bin jetzt spät und ich fühle mich jetzt gestresst. Jeder Schmerz ist zum Beispiel Stress für das System. Und wir haben vor einiger Zeit auch schon mal über das, was dich nährt, gesprochen. Und das, was dich nicht nährt, ist zum Beispiel auch Stress für das System. Und was dann passiert ist, dass dein 10. der Hirnnerv, das ist dein Entspannungsnervensystem, sehr müde und träge wird. Ja, und dann, wenn der müde und träge wird, kannst du dir vorstellen, was das für Auswirkungen hat. Ja, weil dann ist das Nervensystem ziemlich angekratzt. Du pfeifst mehr oder weniger wirklich auf dem letzten Loch und du bist nicht mehr so wirklich gut belastbar. Du reagierst sehr übersensibel. Manche Leute haben bei Stress Magenbeschwerden, manche Leute Schlafstörungen und manche Leute können nichts mehr essen oder gerade zu viel oder trinken nur noch oder vielleicht auch gar nichts. Also Stress kann sich unglaublich auf verschiedenste Arten und Weisen zeigen. Auch eine spannende Art und Weise von Stress ist zum Beispiel, dass sie vergesslich werden. Sie können sich gar nichts mehr merken. Absolut. Ja, das System läuft auf so einem Sparmodus und nur noch das, was überlebenswichtig ist, funktioniert. Und ich kann das auch, also wenn ich jetzt jemanden da habe, der auf mich einen sehr gestressten Eindruck macht, dann gucke ich ihm als allererstes in den Mund und schaue mir sein Zäpfchen an und das hängt dann nicht gerade, wie es sein sollte, drin, sondern hängt zu einer Seite und das zeigt, dass der 10. Hirnnerv angespannt ist. Das sehen wir sogar im Zäpfchen, wie das da hinten drin hängt. Das ist sehr, sehr spannend. Ja, und dann gibt es so Leute und sagen, aber positiver Stress ist doch gut. Egal welche Form von Stress, egal ob euer Stress oder auch nicht, es ist nicht der beste Beitrag für euer Leben tatsächlich, auch nicht für euren Körper oder für sonst irgendjemanden. Und ich kann das sagen, ich bin sehr, sehr stark, fühle ich auch, also ich fühle stark meine Mitmenschen. Wenn jetzt da jemand vor mir steht, der Stress hat, dann habe ich mich schon gefühlt, als ob er mich kurz mal eine Stromsteckdose angesteckt hatte. Ja, also so unter Starkstrom. Und ich muss euch sagen, also das fühlt sich jetzt meines Erachtens nach zumindest nicht so angenehm an. Inke, du hast da vorhin diese Übung erwähnt. Magst uns die vielleicht mal erklären, weil das klingt echt sehr hilfreich. Genau, es geht darum, den zehnten Hirnnerv, das ist dein Entspannungsnerv, wieder an Bord zu holen und ihm zu zeigen, dass er ganz schnell auch anspringen darf. Und das machst du am besten im Bett, die Übung. Das heißt, du nimmst deine Hände unter deinen Hinterkopf, um den Kopf auch so ein bisschen gerade zu fixieren und schaust dann nur mit den Augen in eine Richtung und zwar so lange, bis du schlucken musst, räuspern musst oder gähnen musst. Und erst dann wechselst du die Seite. Sehr gut. Und das kann am Anfang wirklich dauern. Je nachdem, wie angespannt dein System ist, denkst du dann, meine Güte, kommt da mal was. Bitte halte durch, mach erst die eine Seite, dann die andere Seite, wo du anfängst, ist egal. Und das mal eine Zeitlang üben, dann merkt dein Nerv erst sicher und er kann schneller anspringen. Und was bringt das genau, wenn dieser Nerv anspringt? Dann kommst du nämlich in diesen Entspannungsmodus und physisch ist auch zum Beispiel Heilung, körperliche Heilung nur im Entspannungsmodus möglich. Unter Stress funktioniert das nicht, da ist die Ressource nicht da. Unter Stress fährt übrigens auch das Immunsystem runter. Das heißt, deshalb ist es so wichtig, dass der Entspannungsnerv aktiv ist. Dann erst verdauen wir vernünftig, dann erst ist unser Immunsystem intakt und unsere Heilung, unsere Selbstheilung funktioniert. Ja, und eben, wenn der Nerv da noch nicht angesprungen ist, ja, dann können wir die Heilung und die Selbstheilungskräfte auch nicht annehmen. Wir können also die Heilung nicht empfangen. Und dann, du hast es so schön gesagt, das Immunsystem reagiert. Das heißt, wer reagiert ist, es ist halt irgendwann fix und fertig mit der Welt und gibt euch eine Krankheit, damit jemand im Bett bleibt und Ruhe gebt und achtsam seid. Genau. Deshalb ist es so wichtig, dass ihr auch schaut, dass ihr aus dem Stress rauskommt. Da gibt es natürlich noch viele Möglichkeiten. Das ist jetzt eine Übung, um den zehnten Hirnnerv wieder zu aktivieren. Letztendlich darfst du an einer anderen Stellschraube stellen und gucken, was verursacht Stress und wie kann ich den reduzieren oder gar ganz eliminieren. Absolut. Das System, unser Körper hält eine Zeitlang Stress ganz gut aus. Aber irgendwann ist der Moment gekommen, wo der Körper eben sagt, nein, und jetzt ist einfach fertig mit der Geschichte und dann werdet ihr lahmgelegt. Und so viele gehen auch über diese Grenzen hinaus, wo sie dann merken, sie sind eigentlich krank, sie sollten eigentlich zu Hause bleiben, aber sie haben ja schließlich Verpflichtungen und müssen das machen. Und wir möchten euch hier nochmal erinnern, dass ihr grundsätzlich mal viel weniger müsst, als ihr meint und dass ihr besser auf eure Gesundheit wirklich achten dürft, weil Gesundheit ist tatsächlich etwas, was unbezahlbar ist. Ein gesunder Körper trägt eure Seele durch dieses Leben. Und von dem her, es ist das Haus der Seele und deshalb achtet gut auf euch, auf das gesamte System. Ja, und ihr wisst das, wenn die Basis stimmt, dann geht das Spaßleben auch ziemlich lange. Also wer Lust hat auf ein langes Leben, sollte hier ganz, ganz gut auf Körper, Geist und Seele achten. Absolut. Und das ist ein schönes Schlusswort für heute. Wir wünschen dir jetzt noch einen wundervollen restlichen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.